Lisa, ich war auch im Künstlercamp. Dort servieren sie dir den süßen Nektar der Hoffnung, doch dann lässt sich das Leben verdursten. Wie verkraften sie das? Schokowaffeln, Pflaumenwein und wieder von vorne anfangen. Mein Land lässt mich allein, ich arbeite wie ein Schwein. Das Leben könnte nicht schlimmer sein, ich bin 53.